Die Dock-Pyramide ist ein Spielzeug aus speziellem bissfestem Kunststoff. Im Boden beschwert, verhält sie sich wie ein Stehaufmännchen. Befüllt wird die Pyramide durch das Loch im oberen Teil, in dem Sie das Futter dort einstecken. Am Anfang sollten Sie die Pyramide möglichst voll machen, damit Ihr Hund bei der kleinsten Berührung sofort ein Erfolgserlebnis hat. Außerdem können Sie ihn beim Befüllen zuschauen lassen, so wird das Spielzeug für ihn schon interessant. Sobald die Pyramide befüllt ist, kann es losgehen. Weitere interaktive Hunde- und Katzenspielzeuge sowie Zubehör finden Sie unter www.dogshopper.de oder bei uns im Ebay-Shop. Untertitelung des ZDF für funk, 2017